Hallo, mein Name ist Dikor Mutschke, ich bin Rechtsanwältin und zusammen mit den anderen Anwälten der Kanzlei begleite ich euch schon von Beginn an durch die Corona-Krise. Viele von euch werden meinen Channel daher vielleicht auch schon kennen und wissen, dass wir schon viele Videos zum Thema Reisen und Corona gepostet haben. Zuletzt haben wir Videos gemacht zu TUI und FTI und deren hausgemachter Gutscheinlösung. Die Resonanz auf diese Videos von euch war wirklich gigantisch. Also vielen Dank und von euch wurde der Wunsch jetzt geäußert, dass wir auch mal ein Video zu L-Tour machen. Ja, und natürlich kommen wir dem gerne nach und haben uns deshalb für euch mal ganz genau angeschaut, wie sich L-Tour denn jetzt in der Corona-Krise so gegenüber Urlaubern positioniert. Wenn du also deine Reise über L-Tour gebucht haben solltest, ja, dann schau dir dieses Video unbedingt bis zum Schluss an, denn wir erklären dir ganz genau, wie dich L-Tour sozusagen behandelt, was dich bei L-Tour erwartet, wie unsere Einschätzung dazu ist und schließlich bekommst du am Schluss noch einen rechtlichen Rat, was du konkret unternehmen solltest. Also bleib auf jeden Fall dran, wir starten direkt los. Wohl kaum etwas hat die gesamte Reiseindustrie in den letzten Jahrzehnten so stark beeinflusst und so stark getroffen wie die Corona-Pandemie. Und nach wie vor hat der Virus den Reisemarkt ja fest im Griff. Gerade erst hat die Bundesregierung ihre weltweite Reisewarnung bis Mitte Juni 2020 verlängert und ja, das sozusagen erstmal. Also wie es dann weitergeht, das kann man eben ja jetzt immer noch nicht sagen. Für die Reiseveranstalter entwickelt sich aber Corona nachvollziehbarer Weise jetzt schon natürlich zu einem riesigen Problem. Denn nicht nur bricht der Markt für zukünftige Reisen ein, nein, natürlich auch Kunden, die eigentlich jetzt gereist wären oder reisen wollen, die wollen jetzt ihr Geld zurückhaben, weil die Reisen ja nicht stattfinden konnten. Und bei diesen Rückzahlungen von Kunden, da geht es eben tatsächlich um Milliarden. Und wie reagieren denn nun die Veranstalter? Wie reagiert nun L-Tour auf diese besondere Situation? Bevor wir konkret mit L-Tour starten, möchte ich dir erstmal an dieser Stelle ganz kurz erklären, wie die aktuelle Rechtslage bei einer Reiseabsage zurzeit eigentlich aussieht. Das ist nämlich ganz eindeutig eigentlich und auch ziemlich simpel, auch wenn man das zurzeit nicht glauben mag, wenn man sieht, wie sich viele Reiseveranstalter verhalten. Eigentlich ist es aber nach wie vor so, dass Reiseveranstalter, die eine Pauschalreise absagen oder eben wenn eine Reise nicht stattfinden kann, ihren Kunden den Reisepreis unverzüglich erstatten müssen. Und unverzüglich, das heißt spätestens innerhalb von 14 Tagen nach der Abreise musst du dein Geld zurück erhalten. Es gibt jedoch einen Plan der Bundesregierung, aber Plan, das ist ganz wichtig, der das ändern möchte. Reiseveranstalter sollen nach diesem Plan dann quasi nicht nur das Geld zurückzahlen können, sondern sie sollen quasi auch das Wahlrecht haben, ob sie euch stattdessen einen Gutschein anbieten. Sie brauchen dann eben nur den Gutschein anbieten und eben nicht das Geld zurückzahlen. Und das würde für dich eben genau andersrum bedeuten, du hast nicht mehr das Recht, das Geld zu verlangen, sondern eben, ja genau, eben nur noch das Recht auf einen Gutschein. Es wird dann noch genauer ausgestaltet, irgendwann kann man dann schon einen Erstattungsanspruch bekommen, aber erstmal ist sozusagen der Plan der Bundesregierung, ja sozusagen Gutschein statt Geld. Aber, wie ich jetzt ja schon auch in diesem Video ganz, ganz oft betont habe, es ist bisher nur ein Plan. Es ist noch keine beschlossene Sache, die Rechtslage hat sich noch nicht geändert, bisher ist es noch, Reise wird abgesagt, Geld muss erstattet werden. Und ohne Mitwirkung der EU-Kommission kann die Bundesregierung das auch nicht so einfach im Alleingang ändern. Das Ganze beruht nämlich auf sozusagen EU-Recht, also auf Umsetzung von EU-Richtlinien. Und die EU-Kommission, die hat sich eben schon ziemlich skeptisch zu diesen Äußerungen, zu diesen Plänen der Bundesregierung geäußert. Also halten wir erstmal fest, eine offizielle Gutscheinlösung, die gibt es nicht. Zurzeit nicht. Und ob die jemals kommen wird, ja das weiß man eben nicht. Das ist jedenfalls zurzeit echt fraglich, denn aufgrund der EU-Kommission haben wir echte Zweifel. Klar, der Sommer kommt, vielleicht werden noch mehr Reisen abgesagt, vielleicht bleibt die EU-Kommission nicht so standhaft. Aber erstmal sieht es gut aus dafür, dass keine Gutscheinlösung kommt. So, jetzt aber zu L-Tour. Wie machen die das denn? Ja, Urlauber kann es schon verwundern, was man zum Thema auf der Webseite von L-Tour so zu lesen hat. Für L-Tour scheint das nämlich irgendwie anders zu sein. Für L-Tour scheint nämlich die Gutscheinlösung eigentlich schon eine beschlossene Sache zu sein. Zunächst wird auf der Seite verkündet, dass das gesamte L-Tour-Programm inklusive der Reisen innerhalb Deutschlands für alle Reisetermine bis einschließlich 15.05. ausgesetzt sind. Ja, warum es jetzt der 15.05. ist, das haben wir uns auch gefragt. Er schließt sich uns jetzt aber nicht. Die offizielle weltweite Reisewarnung, die wurde schließlich am 29.04. vorerst erstmal bis einschließlich 14.06.2020 verlängert. Davor war es der 3.05. Also der 15.05. war es nie. Okay. Auf der Seite von L-Tour findet man aber sowieso kein Update dazu. Also man findet da kein Update, dass eben vorher der 3.05. sozusagen das Enddatum der weltweiten Reisewarnung war und jetzt eben Mitte Juni das Ganze sozusagen verlängert ist. Und ob L-Tour jetzt wirklich plant, ab dem 16.05. ganz normal wieder Reisen durchzuführen, trotz der weltweiten Reisewarnung, weiß ich nicht. Also weiß man einfach nicht. Jedenfalls gibt es auf der Webseite dann ein Schaubild. Das heißt Urlaub 2020. Wie geht es weiter? Und hier wird für L-Tour und FlyLoco für Reisedaten bis zum 15. Mai erklärt, dass man sich bereits darum kümmere, die Reise storniere und man belohnt würde, wenn man einen Gutschein anstelle einer Rückerstattung wählen würde. Ja, wählen? Die Passage mit der Rückerstattung, die ist auch wirklich echt klein gedruckt. Guckt es euch gerne mal an. Und die wird teilweise sogar noch von so einem plus 50 Euro Button verdeckt. Also man muss da wirklich schon sehr, sehr genau hinsehen, um das überhaupt lesen zu können. Aber gut, dann heißt es noch Gutschein mit Bonus bis zum 31.12.2021 beliebig einlösen. Um mehr über den Gutschein zu erfahren, muss man dann schon wirklich tiefer ins Eingemachte einsteigen, also in die Seite bis zu den FAQ, also den häufigen Fragen. Und darin findet man dann die Angabe, dass man neben dem Wertgutschein auch noch einen L-Tour-Treue-Rabatt-Coupon in Höhe von 50 Euro pro Buchung bei Pauschalreisen und von 25 Euro bei reinen Hotelbuchungen erhalten soll. Ja, und das Beste? Ja, du musst gar nichts tun als Urlauber, sondern L-Tour macht das dann einfach so. L-Tour würde dann in den nächsten Tagen schriftlich oder per E-Mail informieren und dann würde man im Anhang den L-Tour-Wertgutschein erhalten. Ja, komisch ist allerdings, dass man weiterlesen kann, dass die Regelung für alle Kunden gilt, deren abgesagte Reise mit Reisezeitraum 14. März bis einschließlich 30. April liegt. Ja, wer das bis dahin gelesen hat, der hat jetzt irgendwie nicht wirklich den Eindruck, dass L-Tour jetzt sozusagen seinen gesetzlichen Erstattungspflichten nachkommt, die ja erstmal immer, egal welcher Reisezeitraum, unabhängig von irgendeinem Wahlrecht gelten. Also sprich, Reise ist abgesagt, dann 14 Tage später muss erstattet werden. Es drängt sich vielmehr der Eindruck auf, dass L-Tour jetzt erstmal so tut, als wären die Pläne der Bundesregierung, Gutscheinlösung, jetzt schon beschlossene Sache. Aber nochmal, das ist nicht so und wir bezweifeln, dass das auch so kommt. Also die Bundesregierung wünscht sich das, aber noch ist es eben nicht dazu gekommen. Kommen wir jetzt aber zu der Frage, warum finden wir eigentlich solche Wertgutscheine so blöd? Was sehen wir daran so kritisch? Und warum raten wir die jetzt eigentlich von der Annahme des Gutscheins ab? Klingt doch erstmal ganz gut und du kriegst doch einen kleinen Goodie oben drauf. Ja, im Grunde gilt auch das, was wir schon bei TUI und FTI erklärt haben. Für den Gutschein, das muss man sagen, spricht natürlich erstmal das Extraguthaben. 25 bzw. 50 Euro. Das ist aber dann auch echt schon wirklich alles, was für diesen Gutschein spricht. Echt deutlich mehr dagegen, deutlich mehr spricht dagegen. Und das eben nicht erst seit Verlängerung der weltweiten Reisewarnung. Denn man muss einfach sagen, der Reisemarkt hat sich ja coronabedingt jetzt schon total verändert und ist erstmal zusammengebrochen. Das muss man einfach so sagen. Und das gilt eben nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Und ob und wann sich der Tourismus jetzt wieder erholt, das lässt sich einfach wirklich nicht abschätzen. Das liegt auch nicht einer Reisewarnung. Fakt ist jedenfalls aber erstmal, dass die offizielle Reisewarnung deutlich verlängert wurde. Und ja, das heißt auch erstmal, dass sozusagen die Bundesregierung bzw. das Auswärtige Amt die weltweite Situation noch kritisch ansieht. Also sprich, möglicherweise Quarantäne im Ausland, möglicherweise wieder Flüge, die gestrichen werden, möglicherweise, wie es ja schon mal bei Marokko war, dass irgendwie Grenzen dicht gemacht werden. Also das sind die Gründe für die weltweite Reisewarnung. Und da kann es natürlich sein, dass, wenn selbst in Deutschland hier die Corona-Einschränkungen immer weiter gelockert werden, dass es in anderen Ländern ganz anders läuft. Also wie gesagt, Marokko ist ein Beispiel, wo eben plötzlich die Grenzen geschlossen werden oder wurden. Und wo man eben sagt, ja, da kann Deutschland irgendwie auch gar nichts machen, weil das sind dann Regelungen des entsprechenden Landes. Ja, und neben diesen sozusagen Reiseproblemen kommen natürlich auch noch ganz praktische Probleme. Viele sind verunsichert und müssen vielleicht auch das Geld erstmal zusammenhalten. Also teure Urlaube stehen jetzt vielleicht bei euch auch nicht mehr an erster Stelle der geplanten Ausgaben. Denn klar, vor Corona ist nicht nach Corona. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und sonstige Umsatzeinbrüche, die haben sich ja bei vielen von uns Spuren hinterlassen. Und klar, wer von euch Kinder hat, der weiß, wovon ich rede. Manchmal ist der Jahresurlaub vielleicht auch schon schlicht für die Betreuung der lieben Kleinen draufgegangen. Das sind jedenfalls alles wirklich keine guten Voraussetzungen für eine schnelle Erholung des Reisemarktes. Aber was heißt das eben für die großen Reiseveranstalter wie L-Tour? Ja, natürlich versucht L-Tour in so einer Situation, seine Barmittel, also das Geld, zusammenzuhalten und zu verhindern, dass eben bereits erhaltene Anzahlungen zurückgezahlt werden müssen. Kann ich total verstehen. Klar, unternehmerisch macht das Sinn. Kein Unternehmen möchte gerne Gelder, die einmal mühsam eingesammelt wurden, dann direkt zurückzahlen. Aber jetzt stellt sich eben die entscheidende Frage für dich. Warum solltest du L-Tour das Geld jetzt belassen? Warum solltest du quasi L-Tour einen Kredit geben? Ja, denn nichts anderes ist natürlich ein Wertgutschein. Diesen Kredit bekommst du zwar sozusagen verzinst, in Anführungsstrichen, also vergütet mit 50 bzw. 25 Euro. Du musst aber bedenken, dass du als Urlauber dann grundsätzlich erst einmal das Insolvenzrisiko eines großen Veranstalters mitträgst. Die sogenannte Insolvenzversicherung, die es eigentlich geben soll bei Pauschalreisen, die ist eben tatsächlich nicht immer Allheilmittel. Und das haben wir gerade alle bei der großen Thomas Cook Insolvenz im letzten Jahr schmerzlich erfahren müssen. Da hat die überhaupt nicht gereicht. Also falls L-Tour in Schwierigkeiten geraten sollte, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber wo wir auch alle in Corona-Zeiten sagen, ja ausgeschlossen, bei wem ist das schon ausgeschlossen, ist das eben nicht. Und da trägst du eben das Risiko mit, dass die Insolvenzversicherung, jetzt wenn eben tatsächlich da was schiefgehen sollte, wie bei Thomas Cook nicht reicht und deshalb dein Guthaben am Ende eben ja nicht viel wert oder nix oder je nachdem. Jedenfalls, dass du nicht alles zurück bekommst. Und da muss man sagen, da ist natürlich so ein kleines Extra-Reiseguthaben, da herzlich wenig nützt. Wenn man das Risiko sieht, dann muss man sagen, dafür sind natürlich dann 25 bis 50 Euro, die es dann bei einer Pauschalreise sind, reichlich wenig, wenn das ganze Geld im Zweifel weg sein könnte oder jedenfalls ein ganz, ganz großer Teil. Du musst dich also fragen, ob es wirklich sinnvoll ist, ob du es wirklich riskieren willst, für 25 bzw. 50 Euro eben in dieses Risiko zu gehen, dass du einen Großteil deiner Reisezahlung verlieren könntest. Insbesondere bei teuren Fernreisen, die eben auch wirklich in die Tausende Euro gehen, muss man sich fragen, will ich das wirklich? Klar, wenn es nur um so ein kleines Wochenende geht, dann kann man das überlegen, aber wir raten dir davon ab, eben freiwillig diese Gutscheinlösung von L-Tour zu wählen. Unser Rat für dich als L-Tour-Kunde ist daher ganz, ganz eindeutig. Warte nicht länger ab, lass dich nicht mit einem Wertgutschein abspeisen, sondern fordere zügig die Erstattung deines Geldes bei L-Tour. Mach das direkt mit äußerstem Nachdruck, denn wir wissen, dass zurzeit alle Reiseveranstalter sind ja nicht so erpicht darauf. Und nicht zuletzt bei der Thomas Cook Insolvenz haben wir gesehen, Nachdruck hilft. Da haben wir es für die ganzen geschädigten Urlauber gemacht und wir haben für eine wirklich große Anzahl von geschädigten Urlauber ihr Geld auch retten können. Als erste Kanzlei in Deutschland haben wir damals auch eine Staatshaftungsklage gegen die Bundesrepublik Deutschland eingereicht. Hoffen wir, dass das jetzt hier nicht erforderlich ist, aber wir kennen sowieso noch einige andere Mittel und Wege, um dein Geld zu retten. Wenn du also unsicher bist, dann kannst du auch gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir helfen dir gerne, dein Geld zu retten. Wir bieten immer an, kostenlos mit deiner Rechtsschutzversicherung abzuklären, ob die sozusagen alles für uns übernimmt. Oder wenn du keine Rechtsschutzversicherung hast, bieten wir auch ganz häufig günstige Honorarvereinbarungen für dich. Also kannst dich gerne bei uns melden. Aber du kannst auch einfach sozusagen Fragen stellen oder Anregungen. Das völlig kostenfrei. Schreib unter dieses Video. Entweder in die Kommentare, wie gesagt, unter das Video oder schick mir auch gerne eine E-Mail an info-at-kanzlei-mutschke.de. Wir haben übrigens auch noch eine Facebook-Gruppe gegründet und zwar die Gruppe Reise-Stornierungen und Absagen. Dort findest du auch immer aktuelle Infos, kannst uns Fragen stellen und vor allem natürlich dich auch mit anderen sozusagen gleichen Betroffenen austausch. Das finde ich immer selber auch total sinnvoll, wenn man sozusagen so eine Community hat, an die man sich wenden kann. Ja und Infos, weitere Infos zu der Gruppe, wenn du da interessiert bist, findest du dann auch in der Beschreibung zu diesem Video. Ja, wie immer du dich entscheidest, Gutschein ja, Gutschein nein. Wir drücken die Daumen, dass du auf jeden Fall gut durch die Corona-Zeit kommst und gesund bleibst. Also bleib gesund!